Ja, super! Gratuliere zum heutigen Sieg! Und das auch noch bei dieser Menge an Schnee. Und natürlich auch herzlichen Glückwunsch zur Wahl zum Fußballer des Jahres. Danke. Aber das ist alleine nicht mein Verdienst. André Konopko, der Sternekopf vom Fürstenhof, hat damals nämlich völlig selbstlos sein Grundstück gestiftet, damit in meinem Landkreis überhaupt ein professioneller Fußballplatz gebaut werden konnte. Ohne ihn stelle ich niemals da, wo ich heute stehe. Ach, das habe ich doch gern gemacht. Die Jugend braucht doch ein Flass, wo sie gescheit trainieren kann, oder?